Ist die Überwachung in Österreich ausreichend? Die ÖVP sagt nein. Mit einem neuen Vorstoß will Türkis Überwachungsmöglichkeiten erhöhen. Konkret stellt sich die ÖVP vor, Mobilfunkanbieter zu verpflichten, Metadaten von WhatsApp und Co. herauszugeben. Also maximal die Information, wer hat wann mit wem kommuniziert. Metadaten hier zu bekommen, das ist schon etwas, wo ich glaube, dass auch Österreich auf die Höhe der Zeit kommen muss. Denn es kann nicht sein, dass wir auf ausländische Geheimdienste angewiesen sind und selbst hier nicht agieren können. Der Chef der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst geht einen Schritt weiter und fordert auch Zugang zu Chat-Inhalten. Man müsse unter strengstem Rechtsschutz verschlüsselte Kommunikation überwachen. Ein Wunderpunkt bei Datenschutzexperten. Auch wenn ich jetzt nur einzelne Verdächtige überwachen möchte, dann muss ich trotzdem über Hintertüren auf das Telefon einsteigen, wenn ich Zugriff haben will auf verschlüsselte Nachrichten. Wenn wir zu unseren Nachbarländern schauen, dann sehen wir, was das für verheerende Konsequenzen haben kann, wenn so Spionagesoftware verwendet wird. Wo Oppositionspolitiker ausspioniert werden, wo Rechtsanwältinnen und Journalistinnen ausspioniert werden. Politisch umsetzbar scheint das Thema mehr Überwachung in dieser Legislaturperiode ohnehin nicht mehr zu sein. Das Justizministerium erteilt den ÖVP-Plänen eine Absage.